da ist ein freundes in der Mitte der Gebrüste wie nehmen wir wenn man ihn was gibt es im Shop-Kleur ist Nicht so weit. Nö. Nö. Dennoch... Ich äh... Rhythm war die. Oh, jetzt bin auch noch ich alleine. Nö. Ja, sucht mich. Ich muss das halt überleben. Und es ist ein Wunder, dass mich noch keiner getroffen hat. Aber jetzt... Oh! Lasst mich in Frieden. Ja, es traurig, dass es noch nicht vorbei ist. Ich habe noch 60... ...tausend. Oh! Beste... Oh, nein. Oh, nein. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nicht, schaffe ich nicht. Oh, Mann, ey. Oh, nein. Die Web ist doof. So, was gibt es hier? Nichts. Neues. Irgendwie teuer kostet das. Guck. 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 Und... Und... Wir machen mal... Die. Na, komm mal alleine. Alleine kann man ja auch mal am Team sein. Du, 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 du. Du denkst, ich habe Angst bei dir oder was? Du stirb jetzt. Mich störst du. Ich glaube, es wird nicht mit erster Platz. Lalalala. Ne. Ne. Das wird nicht. Ha. Hast du gedacht, ne? Wo ist der denn jetzt? So. Aha! Oh, nein. Ich will nicht verlieren. Ach, Mann, ey. Das Mikrofon lenkt mich voll ab. Stotten. Wir haben auch gleich 3.400. Jetzt nennen wir mal Reine. Oh. Und Goldsmet. Haben mich ja auch mal gut. Mmmh. Wie ist das hier? Und wenn natürlich El Primo mit da ist. warum hat mein team nur vier prozent als ob ich nicht gestorben bin als ob ich nicht gestorben bin ich glaube er hat angst ich muss glaube ich auch mal im primo nehmen also stark ist da freut ich noch nicht so lange gibt es noch nicht nun welchen von den drei nehmen wir die aber ich frage mich eigentlich warum ich die nicht mehr nehmen kann ich kann zwei upgraden aber dafür habe ich nicht genug geld so was hat er alles 10 karakter ich habe 19 ich bekomme auch für 4000 vielleicht wissen es schon einige ganz viele andere haben es auch gemacht diese diese hier denen habe ich auch schon mal ausprobiert für mich man nämlich so eine bombe ich kann ihn ja noch nicht im spiel nehmen das redet reicht dann wollen wir mal weiter hier das war gut ich verstecke mich erst mal her ich verstecke mich erst mal her es war gut freu ich nicht mit dem wetter ich glaube er hat mich schon entdeckt ich habe sieben wie ich sterbe denn knallt nein auch der hat gewusst dass ich da bin dieser dumme affe bestimmt jetzt nicht durch die rechte nicht gut dies gemacht und einfach das stilgeblieben ist die habe ich erledigt dann können wir auch gleich mal wieder eine große box öffnen bitte ein neun ist ja gut sehr gut gewesen so als nächstes kriege ich eine kiste und 50 münzen ich brauche schon die kisten so dann wollen wir mal du bist du willst meins oder ein tod ist ja auch neu die sind gemein ich muss mir auch mal einen starken bowler nehmen oh man ich glaube ich hätte es mal auf die müssen jetzt aber mal sterben alle ouch ouch ich schiebe was ist ein nack kuh das war es mal wieder die reihe auch noch drei Minuten so wer ist denn dort um so die giftwölken dann wirst du nicht so ein boomerang oder was auch mal das darstellen soll piste wie wenn du das mal so wo sind jetzt hier gegner die weg ist die weg die nicht mehr leben wollen so wo sind die noch welche da ach man was soll ich denn machen wenn 500 gegner mich angreifen jetzt mal ganz ehrlich ich meine anderen sind nicht mehr viele können wir nochmal den sieht doch echt krummig aus für mich als so eine megabox das ist ja jetzt ein andere ich glaube die wollen nicht angreifen was sie aber nicht tun können warum ist meiner schon wieder tot schnell weg Hilfe ich weiß nicht warum einer immer stirbt du jetzt kriegst du schon einen drauf hier boom der wollte zu mir rennen aber hat er nicht geschafft hä was macht die denn boah 10.700 in die monat so ein prima muss weg ich will nicht sterben ja du bist du da wo bist du da wo bist du da wo bist du da du stirb betrug ja was soll das wenigstens wenigstens habe ich gewonnen ja 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 oh nein ich glaube der will mich jetzt instan töten doch 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 oh mein Gott Alex die Stone ouch Alles meins. Tschümmal! Kein Bock mehr eigentlich.